hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge wie ich vor allem in der ls19 mit reality hier ist die ein bisschen stau wissen sie wem der quadrak gehört weil irgendwie frage ich mich warum der hier so gut steht hier steht er war das nicht er ist sie gerade ist dann mal er ja haben sie zu tun herr Oh, da hätt's fast geknallt, ey. Ups, da hat's geknallt. Kommen die jetzt mal los hier. So, ab geht's. Oh, meine Herren, ey. Ja, Demonstration, herzlich willkommen zur Real Farming Folge 141 und wenn's euch gefällt, gleich mal ein Abo dalassen oder ein Like. Wir sind jetzt mal wieder auf dem Weg nach Hause. Die Demonstration war ja erfolgreich, konnten ja den Preis vom Wasser ordentlich drücken. Ähm, und... Der ist aber langsam hier, ey. Blinker sitzen hier. So. Ähm, Demonstration war ja erfolgreich, dann hoffe ich mal, dass ich demnächst auch noch den neuen Wasserpreis krieg, beziehungsweise müsste ich mit denen mal klären, ob ich noch den alten Preis zahlen muss oder schon den neuen. Mal gucken. Ähm, ich muss noch... Equipment abholen von... Ähm, vom Jürgen. Und... Und... Oder er bringt's mir hoch, das weiß ich noch nicht so genau. Genau. Das muss ich mal noch klären. Auf jeden Fall brauche ich jetzt erstmal wieder nach Hause. Tippen, ich weiß nicht,schönle mich jetzt mainland. Bis jetzt mal. Das muss ich sehr gut ausnehmen. T visiting... Dsch... Ute. Aha. Rett bin ichra jutkommen ein Problem. Spaßinct? Ich könnte mal irgendwo, kommt hier an einem Parkplatz vorbei? Ich glaube nicht. Aber warte, da ist links als einer. Dann könnte ich nämlich gerade mal aufs Tablet schauen. Gerade mal gucken, was die Produktionen machen. Da müssen wir doch gerade mal gucken. Und zwar, Kartonproduktion ist voll. Zehn Paletten, das ist sehr schön. Ähm, die werde ich wahrscheinlich gleich mal rausschmeißen lassen. Papierproduktion haben wir, glaube ich, gar nicht an, gell? Ne, da fehlt was. Ähm, bum 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 bum. Holzkohle können wir noch gucken. Da sind auch schon wieder fünf Paletten da. Und unten stehen auch noch welche. Sägewerk ist voll. Die Bretterpaletten. Das ist gut, äh, das passt. Leerpaletten. Palettenproduktion ist auch voll. Polati Waldfee. Wir brauchen mal ein paar Abnehmer hierfür. Ähm, gut. Dann rufe ich gerade mal die Polente an. Rechts. Hallo. Hallo, mit wem spreche ich? Drissler hier, hallo. Ah, hallo Herr Drissler, Volker Warhmer hier. Äh, ich wollte gerade mal fragen, ob Sie, äh, wieder Nachschub an Holzkohle brauchen? Ja, wir sind tatsächlich gerade auf dem Weg zu Ihnen schon. Ach, ich auch auf dem Weg zu mir selber. Ähm, das ist gut. Dann hoffe ich, dass ich, äh, seit ich da bin. Äh, wir brauchen noch ein bisschen, wir sind erst beim Händler. Ja, ich bin erst beim Kuhhof links am Parkplatz stand ich gerade. Ich habe ja ins Tablet geguckt. Ähm, dann treffen wir uns gleich unten. Genau. Gut, bis gleich. Tschüss. Gut, äh, dann muss ich mich sogar ein bisschen beeilen. Mal gucken, wie schnell wir sein können. Nur ohne geblitzt zu werden. Weil, ich muss erst, äh, Kohle verkaufen, dass ich mein Wasser bezahlen kann. Äh, ich hoffe mal, dass die das jetzt nicht so schnell mitkriegen. Dann passt das. So. Dann können wir nämlich ordentlich Geld verdienen. Wir haben, äh, ich weiß gar nicht. Ich glaube, sieben oder acht Paletten nach unten. Dann noch, ähm, dann habe ich noch fünf in der Produktion. Boah, es gibt ordentlich, äh, Cash. Und die 20.000 müsstest du bringen. Eventuell sogar ein bisschen mehr. Ich frage mal den Jürgen, ob der mir das zurückfährt. Hallo. Hallo, Jürgen. Volker hier. Moin. Bye. Äh, du, du warst ja fertig mit dem Service vom, äh, Johnny. Ja. Der steht, glaube ich, noch bei dir am Hof, oder? Ja. Äh, wäre das okay, wenn du mir den an den Hof bringst? So, kann ich machen jetzt gleich, ja. Ja, das wäre, das wäre schick. Da ist auch noch der Häcksler hinten dran. Ja, alles was geht. Ja. Gut. Und, ähm, Pacht ist ja ausgelaufen, ne? Vorm Wald. Ja. Okay. Ja, gut, dann weiß ich erst mal Bescheid. Ich melde mich dann, falls ich noch mal welchen brauche. Mhm. Gut, passt. Jo. Bis dann, tschö. Tschö. Das Problem ist, äh, jetzt habe ich einen Blinker links an, dass meine Shortcuts immer irgendwelche Lichter aktivieren. So. Gut. Äh. Badum, badum, badum. Jetzt sind die einfach auf dem Weg zu mir und ich weiß nicht Bescheid, ey. So. Ah, mein Feld, mein Feld wächst schon, das ist super. Müsste ich mal gucken, ob ich da nochmal drüber düngen muss. Ich glaube, das müsste ich eigentlich. Schauen wir mal, ob wir erst, äh, immer zu Hause waren. Oder nachher im Wald, im Tablet. Da, 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 da. Fahren wir direkt hin, weil, keine Zeit. Wenn die schon da sind und warten, dann will ich die nicht unnötig warten lassen. Ja, da stehen sie schon. Da, 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 da. Ähm, Moment, ich muss nochmal hier, zwei, vier, sechs, sieben, guck mal, hände ich richtig. Äh, ja, wie viel würden sie denn mal haben wollen? Was haben sie denn noch außer die sieben? Nochmal fünf. Boah, den immer auch noch mit, müssten draufgehen oder was schätzen sie? Zwölf Stück. So. Ja, sie haben eine hohe Bordwand nach vorn, das müsste passen. Ähm, wollen sie selber, soll ich? Laden meinen sie? Laden sie mal her, Wagner. Wenn sie schneller laden können, wir sind noch nicht so geübt da drinnen. Äh, das habe ich jemals bei Ihnen gesehen, Herr... Wann das sie? Ne, ich weiß gar nicht mehr, wir hatten das letzte Mal abgeholt. Ich? Ja, okay. Der was nach hinten so viel geladen hat. Das ist ja, komm schon wieder ein. Moment, ich muss gerade mal den Auftrag noch erteilen, dass die ausgelagert werden. So, zack, da sind wir mal fünf. Gut, dann schwinge ich mich mal rein hier. Passen Sie auf. Fassen Sie auf, wenn der Richter steht. Äh, nee, fahren Sie mal ein bisschen vor und das hackt ein bisschen weiter Richtung rechter, rechter Eingang. Geht mal hier auf die Seite nicht, dass ich jetzt angefahren werde. Ja, so ist gut. Ja, manchmal, da sind die ein bisschen doof. Ja, manchmal geht's zu zweit, manchmal aber auch nicht. Herr Richter, gehen Sie da mal auf die Seite, das ist gefährlich. Ja, passen Sie lieber auf. Wenn Sie keinen Schutzhelm aufhaben. So eine Palette, die wiegt ein bisschen was. Schutzhelm ist an, Herr Richter. Gut aus. Oh, bisschen drück, jetzt so. Oh, ich bin hochkonzentriert. Oh, kannst ablassen. Tief in der Palette drinnen, das zu drehen. Oh, da. Ja. Sind Sie fest oder sind Sie nicht fest? Bein und fest zu sein. Ja, aber die steht ja nicht richtig. Moment, ich lad die mal daneben. Hm, hm. Ja, machen Sie die erste mal fest. Ich glaube, das wird aber mit den zwölf doch ein bisschen kritisch. Ja, wenn wir sie übereinander stapeln vielleicht. Ja, wenn Sie das als Polizeivertreter so zulassen, dann passt das schon. Ach. Wir haben ja Warnleuchten, müssen mit Warnleuchten fahren. Gute Qualität der Kohle. Ja, ich bin ganz glücklich über die Säcke, die sind richtig strapazierfähig. Ja, ich habe da was anderes gehört. Wenn man mit dem Radlader dagegen fährt, kann passieren, dass man Kohle auch raus holt. Achtung, gehen Sie mal runter von dem Anhänger. Ich möchte hier keinen gefährden. Ja, ich sage jetzt mal weg. Ich bin übermütig. Noch einmal festzuholen gleich. Wenn Sie mit dem Radlader dagegen fahren, haben Sie das schon mal ausprobiert? Mhm. Da ist in den Radlader Schaufel Kohle drin. Ja. Ich glaube, wir müssen mit Überbreite fahren. Ja, vielleicht machen Sie die gerade mal fest. Nein, da will ich nicht. Was ist denn da los? Machen wir mal neu. Ich hoffe, das wird locker. Was ist denn da los, Leute? Ja, ja, ja. So, ich verlade mal weiter. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Schreibt ein Like, ein Abo oder einen Kommentar da. Und ob ich es schaffe, alle Paletten zu verladen, seht ihr dann morgen. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.